Am Donnerstag versucht der Last das Unmögliche möglich zu machen und gegen den Riesen besiegt das Istanbul das 0 zu 1 aus dem Hinspiel der Europa League Quali beim Heimspiel aufzuholen. Eines ist aber sicher, das Spiel wird historisch. 13.900 zu sehr fast die Linzer Google, fast alle Tickets wurden schon verkauft. Das gab's in der Bundesliga zum letzten Mal 2007-2008, als der Last die Bundesligaspiele noch in der Google austrug. Gegen Lille Ström waren 8.300 zu sehr im Stadion. Sollte der Last das 0 zu 1 aus dem Hinspiel gegen Besiegtas Istanbul wettmachen, ginge es gegen Nord-Zieland oder Partisan Belgrad. Die Serben gelten nach dem 2 zu 1 Auswärtserfolg aus dem Hinspiel als Favorit. Darüber wartet allerdings mit Besiegtas eine Top-Mannschaft, die auf namhafte Kicker wie Europameister Riccardo Quaresma, Alvaro Negredo, Rhein-Babel, Pepe oder Gary Medel zurückgreifen kann. Kapitän Gernot Trauner glaubt noch an den Aufstieg, zwei, drei Chancen werden wir auch im Rückspiel haben. Dann heißt es diese zu verwerten, betonte der 26-Jährige. Ich denke, dass es, wenn wir so auftreten wie im Hinspiel, im eigenen Stadion, sicher möglich ist. Es wird sicher nicht leicht, aber die Chance lebt, lasst in der E-Quali, Termine der Europa League Qualifikation Runde Auslosung Hinspiel Rückspiel 120. Juni 12. Juli 19. Juli 220. Juni 26. Juli 2. August 323. Juli 9. August 16. August Playoff 6. August 23. August 30. August Werbung Werbung Musik Musik . reibt . . . ? ? . . Bis zum nächsten Mal.